Wir waren hier bei Outlast, sind verreckt letztens, aber mittlerweile weiß ich wo wir hinmüssen, ich vermute nämlich, dass ich richtig war letztens, das einzige Problem was war, der Fette hat mich gesehen, bevor ich zur Leiter gekommen bin, und das ganze werden wir jetzt besser machen, ich frage mich wo der ist, ich hasse das. Nein, 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 ich höre nichts, ich sehe nichts. Genau, dahin muss ich. Eigentlich muss der die vollen Infektionskrankheiten haben, bis ins Unermessliche, was der durch den Kanal durchgeht die ganze Zeit, da hinten ist er. Oh Gott! Oh Gott, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Na, bist du behindert? Geh wieder zurück! Oh Gott, was ist mit dem? So. Die Musik hört auch nicht auf. So, ihr Scheißdreck. Sehen wir. Er wollte mich nur einmal schlagen, Gott sei Dank. Du, kranker Mensch. Schnell weglaufen, ich sehe ihn nicht, er sieht mich auch nicht. Was ist da? Laufen, nackert jemanden da. Hier, läuft stehen. Na super, warum habe ich das hören müssen? Oh mein Gott, da geht es wieder irgendwo durch. Ja komm, das Spiel speichert. Okay. Bin ich nicht? Hä? Schaut das nur so aus, oder bin ich nicht von da? Okay, da ist irgendwas. Ah, da kann ich das wegschieben. Oh, das reicht sicher schon. Aber was ist denn da? Ah, da ist der Nackert, der unten gelaufen ist, oder? Der mit der Zwangsjacke. Ich habe eigentlich schon lange keine Batterie mehr gefunden. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich höre noch was. Ich höre noch was. Kommt der da eigentlich dran? Frage ist, soll ich aufmachen? Zuerst will ich darauf schauen. Nichts. Scheiße. 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 Gott, ich mag da nicht rein. Ja, Freunde, wir müssen da durch. Normal würde ich das nie machen. Ah, okay, da ist eine Lüftungsschacht. Aber mittlerweile. Kennt ihr mich ja? Ich muss zuerst. Steht da hinten, oder? Nein. Ich muss zuerst. Jeden Raum. Untersuchen. Bevor ich weitergehe. Na gut, da gehen wir durch. Okay, da drin ist einer. Okay, ich komme nicht drauf. Ich muss da rauf also. Okay, ich komme auch rauf. Hätte ich es nur gescheitter probieren sollen. Sag nicht, da ist auch wer drin. Das mag ich nicht. Ich schaue lieber am Boden. Wenn ich das schon sehe, wird mir schlecht. Geh auf! Geh auf! Du Dreckstür! Du Dreckstür! Ich kann gar nichts reden, weil mein Herz einfach nicht mehr funktioniert. Was ist das? Die Frage ist jetzt natürlich wohin, 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 wohin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, im Willen. Oh Gott, ich habe es geschafft. Mittlerweile bin ich auch schon ein bisschen abgekertet da. Ah, das... Fuck! Fuck! Ja, du bist nicht einer von ihnen, bist du? Geh in den dummen Wetter, wenn du leben willst! Geh weg! Danke, wer auch immer mich gerettet hat. Was war das für ein hässliches Scheißteil? Du bist der verdammten Priester, nicht wahr? Was haben wir mit dem gemacht? Was haben wir mit dem gemacht? Kann ich mich bewegen, hallo? Huuhu! Ah, jetzt! Ja, jetzt! Kann ich mich bewegen, hallo? Ich liebe die Mäuze hier am Nacht. Wirst du, wirst du, schauen, zum... Dann gehst du, ich lege hier! Geh steck her, ich gehe hier! Geh' direkt, ich steck' hier! Ich bin in der Militärerin. Nein? Okay. Du bist ja nicht zufrieden, die Hände, die Hände, die Hände, die Hände! So ein Wichser! Da war der Ausgang! Aber wer ist das? Sollten wir den kennen? Vor allem wie die ausschaut! Soll das vielleicht mal da... Vielen Dank für die Behandlung zu kommen. Wir beginnen Ihre Behandlung. In einem Moment wird es nur noch ein zweites Walsh und äh... Oh, keine Filme. Dann wird es uns eine Chance geben, zu sprechen. Jetzt muss ich mir das wieder anschauen. Ich bin ein bisschen überrascht, wie viel Zeit du mit dem Vater und Martin spendest. Ich weiß, ich hoffe, dass du ihn dich nicht mit all diesen... ...hierer als du, Bibel oder etwas. Lass mich ruhig. Kein offensichtlich zu dem Mann, aber ich bin manchmal geäußert, dass er einfach ein bisschen... ...little bisschen... ...frenziger. Ich verstehe, wenn man Angst wird. Es gibt einen Garten, der sich auf dem anderen. Wenn Gott stirbt, wird er ein Goldstein. Wir sind jetzt in einer mehr konkreten Fähigkeit. Du musst dich schrauben, alle Menschen. Es gibt keinen anderen Weg. Mörder ist das einfachste. Aber was passiert, wenn alles Geld ist weg? Oh, kein Geld kommt von mir. Und das ist das, was ich hier für bin. Ich mache dich... ...Bulli! ARD Text im Auftrag von Ski ARD Text im Auftrag von Ski ARD Text im Auftrag von Ski Ah, Johanni hat mein Finger abgeschnitten. Ich glaube, im Auftrag von Ski Wir haben uns den Konsumierenden nicht benutzt, dieses Ding wird es so verkaufen. Gut, ein Ringfinger und ein Zeigefinger. Das kann ich gut! Jaaaa, das kann ich... Na ja, gut, aber es sind wirklich eh unnötige Finger eigentlich. Kurz umschauen. Wo sind unsere Finger? Okay, können wir da raus? Ich bin ein Patent. Ich bin ein Patent. Ich bin ein Patent. So, well, you can't control it. And you can't control it. Nobody, 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 if I kill you, he's coming now. Let's try it! La la la. Let's go! Irgendwann ich jetzt gerade ganz gechillt. Aber... Wohin jetzt? Ah, shit. Ah, shit. Da hab ich jetzt zusammen. Schauen wir uns mal seine Hand an. Hm, der Ficker fällt. Ich hab keine Angst, ich hab keine Angst. Fuck, wie komm ich da jemals raus? Fuck, wie komm ich da jemals raus? Na, super. Hey, nobody likes a Clitter. Crap. Fuck. Crap. Ich muss vodopozentig in den Zimmer da weiter. So, was ich einmal tue, ist auf jeden Fall einmal das Nachladen. Ich warte, bis er kurz vorbei geht. Wenn der da jemals wieder vorbei geht. Wenn der da jemals wieder vorbei geht. Wuhu, mein Freund. Und tschüss mit du. Fuck you. Fuck you. Fuck you. I am the best. I am the deadiest. Lass mich! Lass mich auch! Fuck you! Ob das Versteck gut ist, wage ich zu bezweifeln. Aber zumindest bin ich schon mal weiter. Ja, schau doch, ich unters falsche Bett. Mit deinem Aiden-Aug. Frag dich, da schau jetzt alle Betten durch. Bitte nicht. Oh nein, ich bin aufs Klo gelaufen. Oh nein, ich bin aufs Klo gelaufen. Oh nein, ich bin aufs Klo gelaufen. Ich bin aufs Klo. Ich bin aufs Klo. Ah! Der hat mich nicht gesehen. Aber wohin muss ich? Ich seh ihn nicht einmal. Schaut ob ich riskier's. Okay, ich lauf nochmal durch. Wiesenaufzug ist ein Schlüssel notwendig. Fick dich. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der verdammte Schlüssel? Da nicht. Schlüssel, Schlüssel. Ausgedriggst. Ich glaube ich lass es sein. Ich schaff's einfach nicht mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Park bei Outlast bei dem verrückten kranken Schwein, der uns die Finger abgeschnitten hat. Ich sag Danke fürs Zusehen. Euer Zlabus. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.